tja ihr lieben das soll schon gewesen sein zwei stunden thema am abend mit dem jens mir bleibt nichts weiter übrig außer vielen dank für die aufmerksamkeit zu sagen wir hören uns wieder bald hier bei thema radio und nun zu euch ihr lieben 365 tage thema radio im jahr 2018 es war stressig es war anstrengend und es war sehr schön an dieser stelle ein herzliches dankeschön natürlich an alle hörer die thema radio die so kräftig hören an alle zuschauer die unseren youtube kanal abonniert haben und unsere videos jede woche weiter teilen und weiter tragen und natürlich auch vielen dank an alle partner werbepartner und veranstalter die ihr vertrauen in uns setzen 2019 steht direkt ins haus und ich darf euch versprechen es wird noch viel mehr thema radio geben und jetzt gibt es ein paar grüße von unserem thema radio die team frohe weihnachten ein frohes und besinnliches weihnachtsfest wünscht onkel du achi frohe weihnachten frohe weihnachten frohe weihnachten frohe weihnachten frohe weihnachten frohe weihnachten und zurück zu jens das waren die weihnachtsgrüße vom thema radio die team und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen frohe weihnachten ein guten rutsch ins neue jahr und ein erfolgreiches gesundes und glückliches 2009 10 wir sehen uns und hören uns natürlich auf tmr radio de e ja die ja Untertitelung des ZDF, 2020